Einen wunderschönen guten Tag, wie ihr seht's. Willkommen. Neuen Folge von der kühne Knapper. Was ist denn hier los? Darf mal. Dinger kaputt machen. Darf mal. Mach weg den Kollegen da. Ich kann sie kaputt machen. So. Ah. Guck mal noch nicht. Jetzt aber. Okay. Ansonsten. Noch mehr. So, weg da. Was ist passiert? Ah. So, geht runter. Okay. Ja, noch mehr Gegner. Dommibunker voraus. Ein metallischer, öliger Geruch liegt in der Luft. Dann. Oh, je, je, je. Beseitigen wir mal die Gegner. Hammer. Noch mehr. Na, guck mal. Hi. haben wir's gut. Ja, es war aber noch alle Büsche kaputt machen. Man weiß ja nie, was es noch so gibt. Hier. Oh, was ist los? Hier standen gefährlich wirkende Maschinen. Ja, da ist ein fucking Panzer. Ja, diese Dinger sehen fies aus. Ja, als würden sie uns den Kopf wegballern, wenn wir versuchen, vorbeizukommen. Hallo, meine Süßen. Hier scheint euch dem Zentrum der Grummeligkeit zu nähern. Ja, seid recht. Die Panzer machen Grummel aus euch, wenn ihr versucht, vorbeizurennen. Aber nicht, wenn ihr sie vorher wegblast. Na, womit? Ein Gitarren-Solo. Ja, let's go, huh? Aber... So gut, ich kann natürlich nur einen stoppen, na? Ich bin eher nicht so gut. Okay. Keine Ahnung. Geh noch mal hier rein. Äh... Okay, das... Das ist irgendwie nichts. Du tippt mir in die Bat. Also dann, du wirst das Tor nur mit zwei Kugeln öffnen können. Keine habe ich dort rechts in einem Dschungel gesehen. Ich hoffe, du magst es schwül und grün. Dieser besagte Dschungel. Halt, die Scheiße, die Ratten. Weg damit. Ungeziefer ist das. Schau mal hier. Dann mach einfach alles weg. Komm. Einfach alles weg. Ah, und jetzt geht dieses Tor weg. Okay. Niste Sache. Mal rein hier. Äh... 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 Ah, da oben bin ich. Ah! Warte mal. Hä? Ach so. Äh... Warte. Äh... Äh... Nein. Ist das? Ah, das ist die Kugel. Hä? Aha. Ja, das war dann wohl die Kugel des Dschungels. Dann bring das mal hier rein. Soba. Zack. Die erste Kerze brennt. Wunderbar. Dann gehen wir mal nach links. Schau mal, wo das zweite Ding ist. Ihr könnt... Oh, warte. Habe ich doch gesehen. Ja, ja, ja. Ich brauche jetzt mal deinen Tipp nicht. Bei Minibard. Mach den rum, weil... Krieger hier. Weg da. Ah. Nicht alle erledigt. Okay. Na, jetzt noch ein paar. Ah, viel mehr hat's hier. Nommen wir den Armbrustschützen weg als erstes. Danke. Jetzt aber. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch was versteckt hier? Nee, nee. Dann rein hier. Hi. Oh, hallo. Willkommen in der Wüste, Mann. Ich habe jede Menge Kakteen. Und Sand. Diese Bernsteinkugel. Gehört irgendwo anders hin. Du kannst sie gerne mitnehmen. Ja, danke. Nimm mich gerne mit. Sehr gerne sogar. Und dann runter mit dir, mein kühner Knappe. Bringen wir die Kugel hier rein. Alle hopp. Da. Mal rein da in die gute Stube, hm? Jetzt hast du mir Ticketkümmel. Geh' einfach durch. Wir kaufen kein Ticket. Wir sind, äh, badass. Da ist noch holen. Da kommen wir nicht rein. Aber hier vielleicht. Nein. Hinten? Auch nicht. Oder hinten ist sowas? Ja, 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 ja. Hier. Nee, da kann ich auch nicht durch. Schade. Durch den hin. Aha. Komm schon. Mach's alle weg da. Okay. Ah, nee, da ist der Weg. Hier. Oh, shit. Sag mal, geht's noch? Was soll das denn? Wenn hier jemand Damage macht, dann bin das aber verdammt nochmal ich. Hier vielleicht noch irgendwas versteckt. Nein. Nee. Gar nichts. Wow. Dann geh' mal hoch. Alles holen, komm. Ich brauch immer alles. Mach den Kollegen weg. Come on. Komm mal. Mit einem blöden Baum. Oh, shit. Oh, nee. Das ist jetzt... Nee, das ist nicht so gut. Mal hoch da, komm. Sehr gut. Mach weg die Nervensägen da. Was ist da hinten? Kann ich... Kann ich so. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Ähm. Ah, hier kann ich hoch. Okay. Äh. Äh. Rein in den Dinosaurier. Äh. Der kitzelt mich da... Oh Gott. Kitzelt mich da am Schwanz. Ein netter Kerl zu sein. Sag mal. Dann müsst du mir vielleicht helfen. Hier laufen lästige Kreaturen über den Rücken. Und ich kann sie einfach nicht loswerden. Kein Problem. Das... Das kann ich machen. Aber bitte sag nicht mehr, dass ich dich am Schwanz kitzel. Das kann man sehr schnell sehr falsch verstehen. So. Ja. Und das wollen wir ja nicht, ne? Gut. Vielen Dank, Kleiner. Jetzt kann ich wieder denken. Bin klar im Kopf. Äh. Den Portal in deinem Hirn. Ja, klasse. Sag mal. Oh, ein T-Rex. Okay. Na jetzt aber, du wirst es. Nichts. Guck mal hier noch so. Äh. Auch nix. Okay. Dona, Wetter. Du bist mal ungewöhnlich aus. Das sind ja Dinosaurier. Du wächst, als hättest du das vor. Du wirst den Vulkane klemmen, stimmt's? Das ist ziemlich gefährlich. Nimm diese Urachs da drüben. Die verleiht dir die Kraft, es bis nach oben zu schaffen. Okay. And it's... Okay. Let's go. Komm mal. Weg da. Hä. Gut gemacht, aber. Jetzt. Ja, sind wir oben. Gut. Uh, jetzt kommt, äh... Nee, das ist nicht gut. Muss ich wohl abhauen, ne? Aber bitte ganz schnell, ne? Na los. Einfach weg. Weil, das Ding bekämpfe ich garantiert nicht. Sehr gut. Kann ich, äh... Gettern? Sehr gut. Oh, shit. Jetzt war ich nicht so klug, hä? So, noch eins da oben. Oder bis es weg ist. Sehr gut. Äh... Alle hab. Und so. Noch eins da oben. Und so. Wenn jetzt da los. Ich bin doch in Ruhe hier. So. Weg da. Oh, shit. Da wartet er schon. Okay. Ja. Gute Nacht. Sehr gut. Haha. Idiot. Wer bist du denn? Nein, Sascha. Na, hallo. Bisschen, um zu kommen, war ja wirklich eine abenteuerliche Leistung. Die Leistung von dir war beeindruckend. Ich bin Zeit, Sascha. Freut mich, dich kennenzulernen. Weißt du, ich bin auch Abenteurer. Ein Zeitreisender, um genau zu sein. Ich versuche gerne alle möglichen Zukunft und Geschichten. Und schau, was ich dort finde. Hier gab es... Viele spitze Zähne. Und Klauen. Alles ganz schön spannend. Aber jetzt... Lass dich nicht von mir aufhalten. Die Urachse solltest du besser hier lassen. In den Fan-Wid könnte das den Verlauf der Geschichte ändern. Zum Schmetterlingseffekt fange ich lieber erst gar nicht an zu reden. Okay. Hervorragend. Weißt du, in den Zeitlinien herrscht schon genug Chaos. Nimm dafür etwas, das dir nützlich sein könnte. Okay. Hier. Was ist es? Jod hatte den Bombenstempel. Drücke auf dem Buch. Kuh meiner Bombe in die Seite zu stempeln. Beseitige Hindernisse und Gegner. Okay. Eine explosive Entwicklung. Du hast den Bombenstempel erhalten. Hier in dein Buch zurück und lass es krachen. Der Weg zurück führt hier hindurch, kühner Knappe. Sehr gut. Den Weg zurück nehme ich doch gerne. Schauen wir mal dann da in der Mitte auf, oder? Ja. Und dann hier unten. Oh, da wäre noch das Rollbild gewesen. Ja, scheiße. Das habe ich jetzt halt verpasst. Naja. Ein Souveniershop oder was? Hier bin ich. Okay. Sind noch die ganzen Belohnungen mit dir. Vielen Dank. Jetzt kriege ich da einen Nisanfall. Ich spüre es schon. Oh, ich spende den Partner. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Ich spüre es. Ich spüre es. Ich spüre es.